Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bauchhierf Sendung und wie in der letzten schon angekündigt nicht mehr mit dem alten Setting und wie ihr schon sehen könnt, auch in einem etwas anderen Format. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel und sehr gerne Videos geguckt, in denen irgendwelche Leute Gärten wieder in Ordnung gebracht haben und finde selber sowas einfach irgendwie total beruhigend, kann ich gut bei runterkommen, wenn ich Leute einfach... Es ist halt so, ich kann das nicht leugnen. Ich gucke unheimlich gerne anderen Leuten beim Arbeiten zu. Das ist allerdings auch bedingt, also es macht am meisten Spaß, wenn man auch irgendwie den Eindruck hat, dass die Leute irgendwie Ahnung haben, von dem, was sie da machen. Und wer mich jetzt hier sieht, der wird sich wahrscheinlich denken, wieso macht der das denn da jetzt alles unter den Busch drunter. Ja, das nennt sich Mulchen. Und ja, oh Wunder, aus den Blättern werden wieder Mutterboden nach einer Weide. Weil wird wieder Mutterboden, aus den Blättern wird Mutterboden, ja genau. Und deswegen kommen die da halt eben wieder unter die Pflanze meistens, die sie auch hat fallen lassen, die Blätter. Hier in diesem Fall muss ich gerade echt überlegen, ich weiß gerade nicht, wo da Laubbäume stehen. Aber es wird trotzdem Mutterboden. Ähm, ich bitte gleich am Anfang darum zu entschuldigen, dass ich, äh, ich muss, ich bin am, ich will, ich will es nicht ausdrücken, aber ich bin ein bisschen zu doof, um die Kamera zu bedienen. Es sind eigentlich nur zwei Knöpfe, die man da in der richtigen Reihenfolge drücken muss. Und dann sollte das eigentlich aufnehmen und die Aufnahme stoppen. Und, äh, das hat das aber irgendwie nicht so ganz getan und deswegen ist das hier jetzt so, dass ich zwei, an zwei verschiedenen Tagen, zwei Stellen gekehrt habe, wo ich mir gedacht habe, stell mal einfach die Kamera auf, mach auch mal so ein Video. Erzählst da einfach so ein bisschen, was dir durch den Kopf geht dazu. Also das, was ich jetzt gerade mache. Und dann werdet ihr jetzt auch gleich schon den ersten Schnitt sehen, wo dann quasi, äh, von unten gezeigt wird, was ich alles gekehrt habe. Aber man nicht sehen kann, wie ich es kehre, weil, ja, wie gesagt, ich zu blöd bin, die Kamera zu bedienen. Und das Gleiche ist mir halt eben heute dann auch nochmal passiert. Und, ähm, ja, ich, äh, gelobe Besserung. Aber solche Videos möchte ich eigentlich sehr gerne auch jetzt mehr machen, ähm, weil ich solche Videos halt auch einfach voll cool finde. So, das war wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache und es wird den einen oder anderen meiner Zuschauer geben, die das total scheiße finden. Und da kann ich nur sagen, ja, wenn ihr es dann guckt, seid ihr jetzt selber schuld. Das muss ja zum Glück keiner, ne? Und wem das nicht gefällt, ist herzlich eingeladen, einfach was anderes zu kaufen. Ja, große Frage, warum bin ich nicht mehr im Wald? Das, ähm, weil ich jetzt in Japan bin. Wie man an dem tollen Bambus im Hintergrund sehen kann. Zumindest stelle ich mir das oft gerne vor, gerade. Na, ich bin nicht in Japan, ich bin in Norddeutschland. Aber ich bin an einem anderen Ort, weil ich an dem Ort im Wald, wo ich jetzt war, halt einfach nicht mehr bleiben konnte. Weil, ähm, ich die 70 Euro Pacht, die ich da hätte zahlen müssen, plus halt eben auch, äh, ich muss auch von irgendwas leben, einfach nicht mehr aufbringen konnte. Ähm, respektive mir da, wo ich halt eben war, durch das, was ich gemacht habe, auch einfach nicht mehr Kost und Logis, ähm, verdienen konnte. Wie das halt am Anfang noch war, war das halt so, dass ich, äh, dem Thomas geholfen habe, sein Buch zu schreiben, respektive, er hat's halt geschrieben, und, ähm, ich hab's korrigiert, mein Job war's zu korrigieren, dafür hab ich halt da auch eben Kost und Logis frei bekommen, und das halt eben in diesem schön schnuckligen kleinen Häuschen war. Und, ähm, ja, das Problem ist, dass Thomas dann irgendwann eine Schreibblockade bekommen hat und auch einfach andere Sachen dann eben wichtiger wurden, und, ähm, denen dann aber auch irgendwo das Geld ausging und die mich dann eben nicht mehr mitfinanzieren konnten. Deswegen dann da kehren und sauber machen auch jetzt nicht. Hoppala, da hat sich grad die Aufnahme ausgehängt. Entschuldigung. Ähm, ja, also ich, ähm, da halt eben einfach auch mit kehren und so dann jetzt auch nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Und, ja, solche Videos halt eben auch nicht machen konnte, weil das da halt eben auch so war, dass es eben auch, ähm, nicht gewünscht war, dass da Videos gemacht werden oder Fotos gemacht werden. Deswegen ich halt eben auch da explizit nicht gezeigt habe. Ähm, und ich dann aber auch gedacht hab, ja, Junge, du bist das IHR. Du musst wieder IHR sein. Und, äh, bist du ganz schnell wieder abhängig von anderen. Und das bin ich ja dann am Ende auch gewesen. Und das fühlt sich halt einfach überhaupt nicht toll an. Also haben wir halt geschaut, wohin ich dann alternativ, wohin ich weitergehen kann. Und dann kam halt der Thomas mit der Idee, also der andere Thomas, der andere Tommy mit der Idee, der kannte den Günther, bei dem ich jetzt hier bin. und bei dem ich mich gerade, also der normalerweise hier die Räumlichkeiten, die ich gerade nutze, ähm, für Woofing oder Workaway-Gäste hat. wo aber jetzt auch Corona-bedingt in der letzten Zeit auch nicht mehr wirklich viel los war. Und, äh, ja, ich jetzt erstmal für vier Wochen, einen Monat, erstmal hier eine Bleibe habe. Und mich hier halt eben nützlich machen kann. Da hab ich 50 Cent gefunden. und, ähm, dass mich alles so alles findet, ne, wenn man sauber mal ausrollen. Ja, und, äh, jetzt bin ich halt erstmal hier. Ja, und dann werde ich schauen, wie es weitergeht. Ich hab jetzt erstmal vier Wochen hier. Und ich glaub, das wird auch, äh, chillig und schön. Und die Leute sind nett. Und es macht Spaß hier zu sein. Ich bin auch vor allen Dingen, ähm, sehr happy darum, nach dieser ganzen Illusionation, die ich jetzt so hatte. Und es war ja eigentlich nicht nur die Zeit im Wald, es war ja auch schon eigentlich, ja, eigentlich hab ich ja sehr isoliert geliebt, seitdem ich von der Becker-Fenker weggegangen bin, wenn ich's mir genau überlege. Danach war ich bei Bruni und hab auf die Hunde aufgepasst und aufs Haus. Und, ähm, dann bin ich dann halt auch schon nach, äh, erst ja nach Belgien für sechs Wochen und dann nach Deutschland gekommen. Aber da war ich halt eben ab dann auch ziemlich in der Versenkung. Zwischendurch bin ich ja nochmal in Österreich gewesen, 20-20 und hab dann, ähm, den Flowrider bekommen, aber bin auch mit dem Flowrider ja dann eigentlich auch nur an Orte gefahren und hab Leute besucht, die ich kannte und sehen wollte und hab mich möglichst ansonsten aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Vor allen Dingen, weil die Öffentlichkeit mir einfach zu maskiert war und ich auch keine Lust hatte da irgendwie in diesem ganzen Blödsinn teilzunehmen und so. Ja, und der Günther, der geht halt eben ein paar Mal die Woche in unterschiedlichsten Städten spazieren. Ihr wisst schon, spazieren, spazieren, nicht einfach so spazieren, sondern mit anderen Leuten ein bisschen politisch motiviert, würde ich mal sagen, spazieren. Und ich bin da jetzt einfach mitgegangen und ich fand das voll toll irgendwie, dass ich gar nicht, ich müsste gar nicht irgendwie politisch motiviert sein oder sonst irgendwas, es war einfach ein schöner Spaziergang. Ich fand das voll cool, dann mit dabei zu sein und werd da jetzt auch in Zukunft mit Sicherheit gerne weiter mit dabei sein. Heute bin ich auch einfach so spazieren gegangen in den See rum, ganz alleine, überhaupt gar nicht politisch motiviert. Also ich bin sowieso nicht politisch motiviert, aber tut auf jeden Fall gerade einfach mal wieder gut, unter Leute zu kommen und auch irgendwie so ein bisschen unter alternativ denkendes Volk zu kommen und so und mit dem ganzen Blödsinn halt trotzdem überhaupt gar nicht viel zu tun zu haben. Ich bekomme ja auch nach wie vor nicht viel von irgendwie Ukraine-Krieg mit oder sonst irgendwas, weil es mich halt einfach nach wie vor nicht interessiert. Ja und irgendwie gestaltet sich mein Leben hier jetzt auch einfach so ein bisschen anders wieder. Also ich bin halt wirklich so ein bisschen versackt in der in der Waldhütte. So schön es war und wie gern ich da auch gewesen bin, aber es ist halt irgendwie so ja, ich konnte halt nichts machen. Ich war nicht mobil und dann hab ich da festgesessen und dann hab ich keine Aufträge kriegen können und gar nichts. Und dann gab es auch irgendwie wirklich noch mehr viel zu tun. Dann bin ich sehr krank geworden, hab unheimlich viel Stress mit meinem Trigiminus-Nerv gehabt durch halt die angefangene Zahnbehandlung. Wodurch dann halt wirklich das mit meinem Trigiminus wirklich echt noch schlimmer geworden ist, als das jemals war. Deswegen ich jetzt auch irgendwie gucken möchte, wie ich das zu Ende geführt bekomme. Das heißt, ich werde irgendwie nach dem Zahnarzt hier am besten möglichst nicht allzu weit weg suchen. Und ich hoffe, dass es jemanden gibt, der vielleicht ein großes Tattoo auf dem Rücken haben will oder sonst irgendwas. Also es muss einfach jetzt meine rechte Seite noch fertig gemacht werden. Hauptsachen sind geregelt. Die ganzen Wurzeln von den abgebrochenen Zähnen, die noch im Tiefer hängen, die sind alle raus. Aber jetzt müssen halt die Zähne, die jetzt dann noch eben zu retten sind, auch dann endlich gerettet werden. Weil ansonsten die nehme ich auch einfach gerade nur offen und blank. Und das ist natürlich dann für meinen Nerv nicht so doll. Und es ist trotzdem so, dass ich nach wie vor, also fast zwei Monate jetzt schon ohne Schmerzmittel auskomme. Dazu kommt, dass ich jetzt morgen drei Wochen Nichtraucher bin und das auch bleiben werde. Also jetzt wohnen bestimmt noch mehr da. Da kommt Japan wieder. Zu schön einfach. Nicht nur beim Bus. Wir haben ja auch es ist auch Japan um mich rum. Günters Frau Michiko ist Japanerin. Ja, voll cool. Irgendwie alles. Ja, wo war ich stehen? Wie dem, keine Ahnung. Ich habe mich gerade schon wieder verraten. Irgendwie habe ich mich durch Japan aus dem Konzert bringen lassen. Ja, keine Ahnung. Achso, ja Zähne. Genau. Und dass ich am liebsten einen Zahnarzt finden würde, der ein großes Tattoo braucht und mir dafür meine Fresse poliert. Und den Rest von dem angefangenen Job fertig macht. Und mich auch hoffentlich endlich mal von diesem wirklich sehr lästigen Nervschmerzen befreien kann. Das ist echt langsam. Ja. Aber das hat mich natürlich halt wirklich auch in den letzten Wochen und Monaten auch sehr, sehr viel Energie gekostet. Das heißt, es war einfach also ich habe zwischendurch also ich habe halt meinen Garten da waren ja zwei fette Bäume drin die tot waren und dann gefällt wurden. da habe ich das irgendwie mit Ach und Krach geschafft den groben Mist wegzumachen und die Bäume aus dem Garten zu entfernen und Brennholz rauszumachen. Aber ansonsten habe ich sehr, 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 sehr viel einfach in meinem Sessel gesessen habe versucht mich mit YouTube-Videos abzulenken und mich gefreut wenn ich es irgendwie ausgehalten habe. Aber da war nicht viel mit Action so und irgendwie schaffe ich das hier ganz gut mit Action auf jeden Fall so wie ihr jetzt gerade im Moment sehen könnt. Ansonsten habe ich hier jetzt schon auch wieder gemalt wie ihr auf Facebook sehen konntet und Instagram was ich ja wieder aktiviert habe. Allerdings halt wirklich so ich habe bis jetzt immer noch die Startseite von Facebook mich aufgerufen also ich nutze es um Sachen zu posten die ich postenswert finde und halt auch gerne um über den Messenger dann auch ja Kommunikation zu betreiben Fragen zu beantworten die ihr vielleicht habt an mich und solche Sachen zu machen aber wenn ich halt also ich bin wirklich sehr, sehr knapp nur drin also ich möchte es auch einfach nicht mehr dazu kommen lassen dass Facebook mich so viele Stunden und Instagram auch meiner Tageszeit kostet also dann weiß ich nicht das hat mir nicht schlecht getan in den letzten Monaten da halt eben so fast ein halbes Jahr ja jetzt oder auch über ein halbes Jahr da einfach mal raus zu sein und Ruhe davor zu haben und vor allen Dingen von diesem ganzen deswegen bin ich darauf gekommen glaube ich keine Krempel und überhaupt das ganze Mainstream Geschichten die von denen ich einfach weiß dass sie ausschließlich dazu da sind um uns Gaga zu machen um uns Kirre zu machen uns gegeneinander aufzuhetzen und ja brauche ich einfach nicht wer das sich angucken möchte der hat sich zu eingeladen aber meins ist es einfach nicht es interessiert mich auch nicht und weil das ist hier das was ihr gerade seht das ist was vor meiner Nase passiert und das ist das was mich interessiert und da kann ich mich mit einer Hingabe rein also ich liebe sowieso kehren also ich liebe spätestens seit Momo und dem Beppo und dem Gespräch beim Spaghetti Essen wer das nicht kennt gerne einfach mal den Film angucken Momo ja ist einfach eine tolle Meditation für mich ist das auch einfach sehr meditativ ich mache das einfach unheimlich gerne und ja mal schauen wie das jetzt so weiter geht gucken was sich jetzt die nächsten vier Wochen ergibt und was sich ergibt wo ich dann von hier aus dann auch hin kann ich würde mich natürlich auch freuen irgendwo hin zu können wo ich Kost und Logis frei dafür habe dass ich halt eben Hausmeister Tätigkeiten da ich kann ja nicht nur kehren ich bin ja auch Schreiner und kann halt eben Schreinerarbeiten machen das wird hier auch noch anfallen wenn es jetzt nicht mehr so regnerisch ist dann werden wir hinten einen Zaun erneuern der bestimmt 20 Meter lang ist grob geschätzt vielleicht auch 25 keine Ahnung das ist auf jeden Fall ein Zaun der da halt erneuert werden muss oben an der Ecke vom Anfang wo das Törchen war eben am Anfang das Törchen ist das Ende von einem Zaun und dieser Zaun der wird dann demnächst auch noch gemacht und dann haben wir eine Hecke schneiden und bla und solche Sachen und wenn jemand einfach einen freien Raum zum Leben hat wo ich bleiben und sein kann und da letztendlich brauche ich halt auch nicht viel ich brauche ein bisschen was zu essen am Tag und zu trinken und ich trinke eigentlich mittlerweile fast nur noch Wasser und Tee dann freue ich mich da halt eben auch und hier guck mal was der Günther schöne Sachen auf der Drechselbank macht muss ich auch mal zeigen einfach toll Holz vom Günther ja 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 und das IHR gebrauchen könnte für hausmeisterliche Tätigkeiten Gartenarbeiten Sachen die einfach anfallen zwischendurch ne also keine Ahnung ich habe eben mit dem Tommy grob gerechnet so was brauche ich eigentlich was kostet ein Mensch so am Tag lass es mal 20 Euro sein 20 Euro mit 10 Euro Stundenlohn da bist du ja eigentlich bei 2 Stunden Arbeit am Tag bist du dabei dich selber quasi zu rentieren und ja und ich kann ja noch noch einiges mehr und wenn da jemand ist der auch ansonsten was mit unkonventionellem Gedankengut und dem was daraus dann so hervorkommt anfangen kann freut sich vielleicht tatsächlich darüber dass da dass da aber auch eine neue stelle sucht und ein neues zuhause gleich mit ähm ja da gibt es noch so ein Ding wo ich im Moment nicht genau weiß eine Freundin hat sich an mich gewendet mit einem Hilferuf weil es da eine kleine französische Bulldogge gibt die dringend ein neues zuhause braucht und hoffte dass ich das machen kann aber ich bin mir halt im Moment noch nicht sicher also ehrlich gesagt weiß ich ich weiß ehrlich gesagt nicht ob ich nach Tito wirklich schon bereit für einen Hund bin wobei ich da halt auch zwischendurch denke vielleicht stelle ich mich auch vielleicht hat der Bauch hier im nächsten aber so einen kleinen Hund mit am Start und mal gucken ist ja schon schön wenn ich mir vorstelle dass der da jetzt auch da vorne gerade rum wuselt und wenigstens so ein bisschen Tito like dann auch da einfach wieder mit am Start ist und mich rum wuselt das war schon einfach was was unbezahlbar war und was noch ehrlich gesagt sehr abgeht war schön eben beim Tommy zu sitzen der auch einen sehr altersschwachen mittlerweile Tyson halt aber immer noch um sich rum hat und ich bin ja schon doch irgendwie auch durch den Tito auch sehr Hundefreund geworden ich habe früher immer gedacht ich bin der Katzen Typ so weil ich immer Katzen hatte aber ja und tatsächlich gar nicht mal unbedingt nur Hund sondern auch Hündchen also ich finde Hündchen irgendwie voll cool ich finde natürlich auch große Hunde cool aber Hündchen finde ich halt eben auch cool ja mal sehen ja das sind jetzt einfach so Gedanken zum Tag und zur Situation und ja mal schauen ich ich jag das jetzt hier einfach mal raus ihr könnt ja mal gucken ach jetzt fängt hier an zu regnen ist das Video eh gleich vorbei das ja sauerlust ich da bin schon gut hingekommen jetzt fängt es gleich an stärker zu regnen ja und ich werde auf jeden Fall gucken dass ich lerne besser mit der Kamera zurecht zu kommen und dann werde ich gerne mehr solcher Videos machen und ja lasst mich wissen ob ihr die vielleicht tatsächlich auch einfach ganz ohne Gequatsche haben wollt dann lade ich sie gerne ohne Gequatsche auch nochmal hoch weil ich weiß dass es also ich gucke mir sowas halt einfach total gerne auch einfach ohne Gequatsche an so jetzt hat wieder nicht gefilmt wie ich das hier sauber gemacht hab scheiß drauf tschüss mit F wir sehen uns go z da las Bis zum nächsten Mal.